Wenn man sich fürs Wiederkommen liebt, wenn man nicht Monospunkte gibt, wenn man freundlich nach der Karte fragt, es wird schnell und unsichtbar bezahlt, dann sag ich, ist das alles? Ist das alles für mich? Ist das alles? Wenn ich wieder in den Urlaub fliege, irgendwo, wo es viel Sonne gibt, und mich ein hübsches, junges Mädchen fragt, ob ich hier ne Drink bezahlen mag, dann sag ich, ist das alles? Ist das alles für mich? Ist das alles? Dann sag ich Dankeschön, das find ich wunderschön, dann hätte es gern geschehen, es könnte ewig so weitergehen. Wenn man mir ein großes Auto gibt, und die halbe Welt mich liebt, wenn man große Scheine rüberschiebt, damit's von mir ein klares Ja-Wort geht, dann sag ich, ist das alles? Ist das alles für mich? Ist das alles? Wenn ich dann einmal geschiehen bin, und komm mit der Kohle nicht mehr hin, Denn mein Job ist jetzt in Singapur Und mein Chef zieht an die Côte d'Azur Dann dachte ich, war das alles? War das alles für mich? War das alles? War das alles? Sag ich Dankeschön Es war so wunderschön Jetzt rei ich mich beim Ausschuss ein Und GlotzTV Tag auf Tag ein Jetzt rei ich mich beim Ausschuss ein Und GlotzTV Tag auf Tag ein GlotzTV Tag auf Tag ein Tag auf Tag ein Und sage Dankeschön